Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Wahrscheinlich die letzte Folge. Ich habe alle Erfolge verdient. Ja, ich habe jetzt auch die 1000 Passagiere und 5 Stunden Freiflug. Das könnt ihr hier sehen. 6 Stunden 38. Winkel Speedrun und Himmelsschrift habe ich fertig. Hat eine Weile gedauert. Bei Himmelsschrift habe ich glaube ich 5 Anläufe gebraucht und Winkel Speedrun habe ich beim dritten Mal nur 2 Sterne bekommen und danach 3. Also hat ein bisschen gedauert. Wir machen jetzt das letzte Level. Alle anderen Level, wie ihr sehen könnt, haben wir schon abgeschlossen. Und ja, dann machen wir das jetzt mal. Wir kaufen jetzt das letzte Flugzeug, was man noch kaufen kann. Es gibt noch ein Flugzeug, was man gratis bekommen könnte. Ein Lotteriepreis. Jetfighter 22 glaube ich. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Und hier haben wir die Antonove 2 Float. Ihr seht die Räder. Ich weiß nicht, ob sie die Räder ausfahren kann. Aber wir starten. SOS. Signal. Start autorisiert. Und nein, sie kann die Räder nicht ausfahren. Ein Alpinist hat sich in den Bergen verirrt. Finde ihn und feure ein Leuchtsignal ab, um seine Position zu markieren. Okay. Das heißt, dieses Flugzeug kann Leuchtraketen werfen. Teste ich mal gleich auch im Freiflug aus, ob das wirklich klappt. Wäre natürlich cool, so ein Flugzeug mit Leuchtraketen. Und diese Antonove hier, die hat einiges mehr an Leistung als dieser Cessna. Cessna Float. Kommt mir zumindest so vor. Weil ich hier halt irgendwie besser vorankomme. Und auch höher fliegen kann. Und höher fliegen sollte, muss ich auch mal sagen. Ich bin fast auf den Berg aufgekommen. So. Wir müssen weiter links. Da. So. Und da sehen wir schon. Wow. Eine schöne Fackel. Okay. Das heißt, wir haben jetzt, ja, bis zum... Moment. Bis zum nächsten Update erstmal alles geschafft. Weiter erhältlich. Geht noch nicht. Und ja. Dann probiere ich das hier mal aus mit den Leuchtraketen. Funktioniert das? Nein, wahrscheinlich nicht. Weil ich kein Feld hier sehe über dem Leistungshebel. fast abgestürzt. Ja. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu tun in dem Spiel. Wir haben es durchgespielt. Es ist vorbei. Wir haben alle möglichen kaufbaren Flugzeuge. Stimmt. Ich wollte euch ja noch den einen Jet zeigen, den man noch kriegen könnte. Und ja. Dann landen wir mal. Wow. Das Spiel ist so realistisch, Leute. Man berührt den Boden und PENG. Okay. Dann gehen wir mal durch. Okay. Dann gehen wir mal durch. Und hier. Hier. Der Lotteriepreis. Jetfighter 22. Fliegt genauso schnell wie der Tarnkappenkampfjet. Sieht aber auch natürlich ein bisschen anders aus. Ah. Den können wir auch nicht haben. Auch nicht. Dann haben wir noch den Devil Divo 300 L. Der Jet 55. Den können wir beide nicht haben. Der hat so einen Fackel-Power. Bei dem kann man diese Fackel machen. Ah ne. MacDouglas 10. Dann gehen. Cargo 130. Cargo 415. Der hat so einen Fallschirmspringer-Power-Up. Ist auch irgendwie komisch. Der hier hat einen Wasser-Power-Up. Der aber nicht. Ah. Von mir aus. Blablabla. Da. Abus 333. Bong 747. Jetfighter 18. Segelflugzeug 808. Chesna 172 Float. Cargo A400. Und DIGA 104. Das heißt uns fehlt ein einziges Flugzeug. Der hier. Das ist ein Lotteriepreis. Das heißt entweder ich kaufe mir Lotteriespins oder ich hoffe auf mein Glück. Direkt unter den 10.000 Münzen ist der. Nein. Ok. 10.000 Münzen. Können wir nichts mehr anfangen. 120 Sterne. Wir haben im Grunde... Alles. Das waren etwas kürzere Folgeleute. Ich weiß. Wir hatten schließlich nur eine Mission noch zu machen. Ähm. Was ich mir bei dem Spiel wünschen würde. Dass man hier zum Beispiel die Räder ausfahren kann bei den Wasserflugzeugen. Warum das auch nicht... Warum es nicht geht weiß ich leider nicht. Ich würde auch gerne gegen Grund wissen. Aber ok. Äh. Ja. Gegen Werbung kann man nicht wirklich viel machen. Außer WLAN ausschalten. Außerdem brauchen ja die Developer irgendwie Geld. Und ich würde mir natürlich wünschen dass schnell ein neues Update rauskommt. Mit neuen Flugzeugen. Hier zum Beispiel Legende. Bald erhältlich. Aber... Ja. Das war's Leute. Das war's mit dem Projekt Flight Pilot Simulator. Falls ein Update rauskommt und ich's mitbekomme, werde ich dazu natürlich noch ein weiteres Video machen. Wo wir dann die letzten... Die letzten vier Missionen spielen. Aber bis dahin heißt es erstmal... Tschüss. Musik 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 MDR Vielen Dank.